Wir haben jetzt ein Lied für den Beitrag zum 2. Juni 1967. Es war vor ein paar Jahren in einer Juni-Nacht, da haben hier die Bullen den ersten umgebracht. Doch es blieb nicht bei dem einen und schon im Jahr darauf, da drückte man uns per Gesetz den Notstandstaat hier auf. Ja, die Bullen müssen schießen, ja zum Schießen sind sie da. Das wurde uns zum ersten Mal am 2. Juni-Nacht. Wir haben es gesehen, das war ein starkes Stück. Und wollen wir nicht zerschlagen werden, schlagen wir zurück. Es war vor ein paar Jahren, da waren schon viele tot. Da schlug es ihnen den ersten mit dem Bürosverbot. Doch es blieb nicht bei dem einen, wir kennen diesen Kampf. Das führt in den Faschismus rein, dagegen gibt's nur Kampf. Ja, die Bullen müssen schießen, denn zum Schießen sind sie da. Das wurde uns zum ersten Mal am 2. Juni-Nacht. Wir haben es gesehen, das war ein starkes Stück. Und wollen wir nicht zerschlagen werden, schlagen wir zurück. Aber wie?